Hi und herzlich willkommen zu Demon's Souls. Ähm, genau, ich wollte ihn ja nochmal ansprechen. Er hat ja zu uns gesagt, wir sollten Freak befreien. Mal gucken, was er zu sagen hat. Ihr habt Meister Freak gerettet, oder? Dann war es richtig, die Regeln zu brechen und euch ein paar Tricks zu lehren. Ich bin euch dankbar für eure Hilfe. Seht ihr, welche Bedeutung selbstlose Taten in dieser düsteren Welt haben? Was ist? Wollt ihr immer noch Lektionen in Magie? Ah, na schön. Besser als wenn ihr Meister Freak belästigt. Okay, was ist denn da noch zu sagen? Meister Freak arbeitet lieber allein. Wagt es nicht, ihn zu stören, indem ihr über unwichtiges Zeug plappert. Er steht vor der Entdeckung von etwas, das selbst den Dämonenseelen Konkurrenz machen wird. Okay. Okay, was hat er schon? Ja, wahrscheinlich wird er nichts Neues haben. Nö. Ich verstehe. Okay, gehen wir mal zu Meister Freak. Du hast es ja anscheinend auch gemütlich gemacht. Hm. Ich möchte einen Vorschlag machen. Würdet ihr mir eure Dämonenseelen bringen? Wenn ich mehr über die Essenz der Seele in Erfahrung bringe, kann ich euch neue Magie lehren. Eine Dämonenseele ist weit mehr als eine Verschmelzung niederer Seelen. Ihr habt einen scharfen Verstand. Sicher versteht ihr. Ja, das verstehe ich mir. Prägt der Weise, der Seher. Okay, so ist ein voller Name. Steht ihr in Verbindung zu den Jüngern? Beachtet sie nicht, falls sie schlecht von mir oder meiner Magie sprechen. Gebete sind für Narren, Einfallspinsel und dem Tod geweihter. Und wartet nur, bis ihr eines Tages erfahrt, was ihr sogenannter Gott wirklich ist. Das ist eine gute Frage. Ich wurde von dem goldenen Thronräuber hinter dieser Zelle besiegt und eingesperrt. Nehmt euch in Acht, denn er kann Seelen manipulieren. Er besitzt Macht über niederträchtige, düstere Seelen, die anfällig für Wahnsinn und Paranoia sind. Okay. Ich weiß von drei Menschen, die Dämonen anführen wollten. König Alant von Boletaria, Astrea aus dem Tal der Schändung und der goldene Thronräuber von Latria. Es steht außer Frage, dass sie zu Dämonen wurden. Doch unsere Annahme, sie seien dadurch nicht mehr menschlich, war falsch. Okay. Er besitzt Macht über niederträchtige, düstere Seelen, die anfällig für Wahnsinn und Paranoia sind. Wer ist er? Okay, das hatten wir schon. Was hast du denn für Zauber? Waffen Verzauberung. Okay, das hat der Anna auch. Genau, das kommt mir noch relativ bekannt vor. Ah, hier steht auch, welche Dämonen-Seele ich für brauche. Was ist denn so die Standard-Zauber? Sehe ich Dämonen-Seele, harte Dämonen-Seele, eiserne Dämonen-Seele? Okay, mehr haben wir anscheinend noch nicht, weil wir ja noch nicht so viele Dämonen-Seelen haben. Ich bin vorbereitet. Bitte bringt mir weitere Dämonen-Seele. Ich übe mich weiter. Oh, da war ich wieder zu schnell. Okay, ja. Der hat sich ja quasi verabschiedet. Ja, dann würde ich glaube ich so weitermachen. Wir hatten hier 1, 2, 3. Dann ist das eigentlich das nächste Gebiet. Ich gucke mal. Okay, Schattenmenschen. Auch der Verkommenheit. Das klingt schon ein bisschen schwieriger. Ich glaube, dann gehe ich doch mal hier an den Rand der Insel. Schrein der Stürme. Der Insel schrein der Schattenmenschen, die Stürme anbeten und die Toten betrauern. Seitdem erscheinen der fliegenden Sturmbästchen und die Seen der Toten von den Dämonen zur Insel gelockt, wo sie wiedererweckt werden und sich an unbelebte Skelette klammern. Ja, das klingt doch auch sehr einladend. Dann gehen wir doch mal hin. Skelette sind da. Da kommt ja schon einer. Hallo. Ja, suche es mit Zauber. Zauber wird aller Kampfkampf mal nie niedergestrickt. Alter, der wirkt so ein bisschen blechern, ne? Was die so vom Aussehen her war, scheint doch ein Skelett zu sein. Okay, also der scheint schon mal relativ machbar zu sein. Aber wir wissen ja nicht, was uns noch erwartet. Wenn wir nicht, die haben wir noch nie geschadet. Uff. Da schlägt jetzt mal der Blitz im Baum ein. Na, guck mal her. Skelettie. Ach. Ich will nicht backstabern. Also schnell sind die Schakroner gut drumherum gehen, die backstabern. Okay, das sollte schon mal kein Problem sein. Halb und Gras. Sehr nützlich. Okay. Ran. Der Baum brennt. So, konnte ich das auch mal besser sehen. Ja, noch so mehr solche Geräusche. Ah, da, okay. Okay, der eine ist nicht halt ein Brugerschütze. Wacht. Ah, das war kein Backstab. Nein, die feiert sich mir auch mal ein bisschen was ab, weil es wahrscheinlich so ein Magiefeld ist oder so. Oha. Ja, das habe ich mir irgendwie schon gedacht, dass ich da nicht bekomme. Ja, vielleicht zweit war ich. Ja, vielleicht zweit war ich. Ja, ich bin noch tot. Ja. Also weiß ich, der in den Gebiet ist nicht gekommen. Ah, blöde Skelette. Da sind wir natürlich wieder Höhenform. Okay, dann guck mal her. Ich muss hier anscheinend erst mal ein bisschen studieren. Oh, das ist ja ein Röste. Bringt wahrscheinlich nicht viel. Ja, wahrscheinlich muss ich zu weit vorgehen, dann ist das zweite Skelett auch wieder da. Zumindest der Bogenschütze. Vielleicht war ich mir auch zu schnell oben ein bisschen, kamen direkt zwei Skelette. Kann ich mir fast vorstellen. Ich würde vielleicht nicht so viel Angst haben, wenn die auf mich zugerührt kommen. Gehe erst mal ein bisschen vor, beobachte ob jetzt ein Skelett kommt. Ach, da oben kommt eh eins. Na komm Skeletty. Gut, 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 gut. Ein braves Skelett. So, weiß ich nicht, die Frage, wann und wo kommen die anderen? Ich komme, glaube ich, gleichzeitig nah. So, was habe ich hier gerade auch stehen sehen? Die waren da oben. Ach, stimmt, meine Seelen. Alter, versteht keinen Spaß. Alter, der erste kommt schon her. Okay. So ist, glaube ich, besser nachbar. So. Nr. 1 Ist nur noch der da oben. Der hat hier gleich einen Doppelschuss. Okay, die Leiche habe ich erstmal runtergekickt. Ja. Okay, die werden schon mal weg. So, ich glaube, jetzt haben wir das Level geschafft. Natürlich nicht. Eine Klingensteinscherbe. Okay, jetzt schon mal wieder so ein Nebeltor. Und ich höre ein Skelett. Und da komme ich natürlich jetzt nicht ran. Was natürlich fies ist. Steht denn hier? Halt, aufschau nach oben. Schütze oder so. Ich glaube, ich stand da. Und hier. Oh, ist mit Schütze. Gottes Talismann. Kann ich auch rüber? Oh, ich sehe den Schatz. Wie komme ich noch rüber? Ah, nein. Jetzt habe ich auch Sinn. Mich gehalten. Steht denn hier noch? Vorher, ich habe falsche Berichte. Ja, dann gehen wir halt dann nicht rüber. Okay, Alter, probiert es noch. Vielleicht war ich wirklich zu doof. Ich glaube, man könnte da so rüber springen. Dann gehen wir doch mal durch die Nebelwand. Durch die Nebelwand. So, falsche Taste. Ja, das kann ich auch hochgehen, oder? Oh. Ist das nicht der Vorhut-Demand? Ja, den haben wir doch schon mal gesehen. So, da kommen wir nicht hin. Was steht denn hier? Links. Jo. Das wollen wir machen. Uff. Ah, hier war der Scheiter. Aber das hätten wir wahrscheinlich mit dem Schild erwähnen können. Äh, gehe ich nach oben oder gehe ich hier raus? Ich gehe natürlich nach oben, um erstmal diese nervigen Schütze wegzumachen. Wo ich jetzt steigen komme. Da ist einer. Hier ist einer. Hier ist einer. Hier, ich werde nervig. So, kriegt er noch mit Dextap in den Rücken. Und ein heiliger Fall, zehnmal. Okay, die Falle geht anscheinend auch nur einmal. Wahrscheinlich pro Neuladen. Weil das scheint wieder ein großes, offenes Areal zu sein. Werden wir wahrscheinlich wieder Spaß haben. Okay, gelootet hat er nichts, aber er ist runtergefallen. Und wieder ein Mega-Lack. Aber danach ist ja meistens gut, ob wir den Dämonen von hier oben abschießen können. Ich gehe erstmal hier runter. Gucken wir wahrscheinlich hin, was ich gerade gesehen hatte. Gefahrenszene voraus. Tja. Aber warum? Pfeile. Hier wahrscheinlich, ne? Kommen dann irgendwie Pfeile raus, wenn du auf die Taste drückst. Der Kupferschlüssel, okay. Okay, dann komme ich doch nicht dahin, wo ich dachte. Okay, Falle nicht ausgelöst. Das läuft doch. Befallen sollte ich jetzt aber auch nicht. Na, hier ist auch nicht so gut mit schießen. Wenn er gleich so ein Feind ist. Das sind eigentlich ja komische Dinger. Und wahrscheinlich zu der Decke, um die abzuschießen. Anscheinend. Aber er kommt doch zurück. Oh, es geht doch. Darf ich weiter töten? Wenn das so einfach gehen würde. Versuche ich jetzt, diesen Vorhutdemon anzugreifen oder nicht. Kann dieses Ding nochmal zurückfliegen? Ich würde es gerne nochmal abschießen. Ist denn hingeflogen? Ich glaube, der kommt zurück, ne? Auf jeden Fall schwierig zu erwischen. Komm, jetzt versuchen wir es noch einmal. Also einmal die Strecke. Was am nächsten wird. Oh, geklappt. Ich habe 440 Seen. Da ist die Auflösung wieder so matschig. Ich hoffe, das wird gleich wieder. Oh, das klingt wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis der weg ist. Okay. Gucke ich mal, was hier drüben der Bogenschütze zu sagen hat. Na, komm, liebe Playstation. Jetzt gibt es uns mal wieder eine gute Auflösung. Okay, hier ist durchzukämpfen. Wo ist sie denn? Oh, das ist das. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich hoffe, das ist doch so in Ordnung für euch. Wenn schlimmer wird, muss ich dann doch nur einen kleinen Cut machen. Jetzt wird es wieder schlimmer. Ich weiß echt nicht, warum das manchmal so nicht klappt. Ah, hier war wirklich eine Nebelwand. Z-Tür schlagen. Also nicht eine Nebelwand, sondern so eine Wand der Illusion. Wuppa! Ist das jetzt? Ist ja super. Soll ich mich jetzt noch der eine verfolgt. Das geht ja noch klar. Zwei davon. Ist ja noch eine Klingesteinscherbe. Wo ist das? Boing schneller. So, was erwartet uns denn im nächsten Raum? Sicher Mondgras. Ich will doch gar nicht sehen, ob ich jetzt hier wohne ist oder nicht. Ist das irgendwie so absolut dunkel. Ist anscheinend irgendjemand gefangen. Oh, dafür ist der Kupferschüssel? Okay. Aber hier ist auch eine Nachricht oder nicht? Zeit für Tauschen. Ich loote hier erst mal. Okay, ich mach dann gleich mal einen kleinen Cut und lad nochmal. Irgendwie wird das grad nicht besser mit der Auflösung. Ups. Okay, bis gleich. Ciao, ciao.